Hat einer von euch Bock auf, äh, Duo mit mir, Fortnite? Ist ihr, also no joke, ist einer von euch am PC? Also, irgendwer von euch wird jetzt ausgewählt und dann spielen wir zusammen. Oh nein, oh nein. Nein, das ist ein Stream-Sniper, oder? Nein, ist es nicht! Nein! Ey, das ist doch nicht wahr! Hört ihr mich, Jungs? Ja, hallo. Hi, was geht? Jetzt sind wir zu dritt hier drin, aber wir können ja auch zu dritt zocken eigentlich. Ja, cool. Was ist mit Eric? Kannst du auch was sagen? Hallo? Hi. Na, alles klar? Ja, ich bin nur nicht so gut. Ich habe lange nicht mehr gespielt, aber ich bin eigentlich nicht gut. Nein, wir sind zwei so Idioten hier am Start. Ich bin ein bisschen schlechter, so als du vielleicht. Bisschen schlechter als ich. Mist. Sind das eure echten Namen, Eric und Anubis, oder nicht? Äh, ja. Ich heiße Luis. Luis. Ich heiße Eric. Luis und Eric. Shoutout geht raus. Was soll ich für eine Umfrage machen im Stream? Top 5? Ja. Ja, so Top 5, Top 8. Komm, wir sagen Top 5. Okay. Geht ihr zur Schule, oder was macht ihr so? Ja. Ja, 9. Klasse. 9. Klasse? Boah, deine Stimme ist tiefer als meine, Alter. 9. Klasse, wie alt ist man da? 14. 14? Und du, Luis, wie alt bist du? Ich bin 12. Ich bin so alt wie ihr beide zusammen. 0. Brauchst du Minis? Ich hätte 1. Ja, warte, ich sehe hier gerade einen Huhn. Bist du verloren, mein Junge, oder was? Auf welche Schule geht ihr? Äh, Gymnasium. Ich auch. Okay. Seid schlau beide. Ja, schon. Was habt ihr, was habt ihr so für ein Sch... Habt ihr Zeugnisse bekommen jetzt letztens auch? Ja. Äh, ja. Warum? Warum kriegt man jetzt gerade Zeugnisse? Äh, es sind Halbjahreszeugnisse. Halbjahreszeugnisse. Nee, hat man die nicht vor Weihnachten gekriegt? Nee. Nee. Immer, äh, nach Weihnachten. Okay, krass, wusste ich nicht. Was habt ihr für ein Schnitt, wenn ihr sagen wollt? Äh, 1,6. 1,6 und 2,3. Krass. Was ich gar nicht konnte, so. Ich glaube, bei Eric ist gerade der PC irgendwie im Hintergrund umgefallen oder so. Äh, nee, bei mir war es nicht. Aber war das bei dir, Luis? Nee, bei mir auch nicht. Da wird sie kommen. Ach, Kürziker? Ja, wir. Was ist das denn? Ich bin knocked. Keine Sorge, andere. Ich bin auch knocked. Ja, so Top 5, Top 8. Tut mir leid, kann man nichts machen. Warum haben wir denn jetzt noch einen Sechsten im Vierten hier drin? Das ist ein Freund von mir. Dennis? Ja. Dennis, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Warum? Wie alt bist du? Auf 12? Mhm. 11. Ist Fortnite nicht erst ab 12? FBI, open up! Oh nein, hier sind Gegner. Ich komme, ich komme, ich liebe Gegner. Du liebst Gegner? Ja. Äh, Hinterdiel sind wir. Nein, du killst die da. Du pisser. Komm, wir schmeißen ihn ins Feuer. Ja. Ich kann den noch anziehen. Oh nein, ich habe ihn so weit rausgebrochen. Was kannst du eigentlich? Dengo, du bist doch dieser Fortnite-Profi. Ich habe nur letztens gehört, dass der auch irgendwie Dengo heißt. Oh, okay. Macht der YouTube oder sowas? Ja. Ja, was? Ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen was zu machen. Ja, mit Twitch. Achso, ich dachte, du heißt Laser Luca. Echt, dann habe ich kurz rausgefilmt. Was sagst du? Nee. Achso, oder wie? Was sagst du jetzt? Dennis, kennst du ihn nicht? Wen? Laser Luca? Ja. Ich kenne natürlich Laser Luca. Achso, gut. Ja, aber ich habe mich nur so genannt wie der. Nein, nein, er ist ja wirklich. Ja, I wish. Ja, verarsch dich. Nein, nein. Ich bin das nicht. Vertrau ihm nicht. Er ist ein Liebner. Dennis, was hast du für einen Zeugnis-Schnitt? Habe ich schon gefragt, ne? Nee, das war bei mir und bei Erik. Ah, du wolltest nicht sagen, oder willst du sagen? Ja, soll ich wirklich sagen? Also, zwei. Wahrscheinlich ein schlechter Zweierschnitt, ne? Nein, nur zwei. Brauche ich auch ein Auto? Das ist mein Auto. Ach, Dennis. Du darfst doch noch gar nicht fahren. Dennis, was sind so deine Lieblings-Youtuber? Wen guckst du gern? Alles gesagt, ich guck überhaupt kein YouTube. Gar nicht? Ein bisschen. Ein bisschen. Manchmal nur fortgleich. Also, was machst du jetzt? Der macht auch gut Damage, wenn man da drinne bleibt, glaube ich. Nein, ich will den Laser Luca. Ich? Ich mache so primär eigentlich gerade noch mein Studium. Aber nebenbei, bitte? Einfach rein. Einmal rein. Ey, nix. Bitte. Was ist das? Rein bei. Ein Gegner. Hier, ein Gegner. Du gehst unten, 75, weiß rein, Mensch. Was geht denn bei Dennis gerade ab? Wem was musst du denn jetzt gerade reinweisen? Äh, so war es ekelhaft. Dengo. Ja, was ist? Ähm, du schenkst mir doch vielleicht das aus dem Itemshop, ne? Dengo schuckt das? Ja, mach mich, aber kannst du bitte verlassen? Ja, aber du, du sagst, du weißt, das stimmt, Dengo. Ja, mach ich. Wirklich. Ey, kann ich denn auch einen skinnen? Kann ich auch einen haben, Dengo? Du hältst deinen Schnauze. Kommt du? Ja, ich komme. Ja, Bro, du bist halt übel schnell mit deinen Axt. Und aber, da sind noch welche dahinter. Ey, ihr sagt immer, da sind welche und dann komme ich an und dann sind die alle schon tot. Es geht doch nicht. Kommt ihr? Ja, ich komme. Junge, ich kann nix eintoten. Ich werde nicht mehr eintoten. Ja, Erik, du bist zu krank, Alter. Ich mache gar nix. Ehrlich, er sagt, er ist schlecht. Ja, ich spiele eigentlich nicht nur mit Bauen. Deswegen glaube ich eigentlich ganz gut, aber nicht Bauen eigentlich ziemlich scheidend. Ja, ich spiele eigentlich auch nur mit Bauen. Bauen bin ich relativ sehr, sehr gut auch. Sehr, sehr gut auch, ja. Wait a minute. Hier unten steht auch noch eine Kiste, das heißt, wir schauen mal, was wir hier... Oh mein Gott, ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Hilfe, Mama. Ja. Halt einfach der Mauer. Nee, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Mein Hammer. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Denn es ist doch jetzt. Ich will gerade. Ja, du kannst Pause machen. Ganz schnell essen. Mach einfach Escape, dann ist Pause und warten wir kurz. Da unten, da unten. Drei, ein Trio, Trio. Nee, Squat. Nee, Trio, keine Ahnung. Ach, man kann nicht bauen. Wo seht ihr denn hier Gegner? Ich sehe gar keinen. Hier unten. Warte, ich mach hier. Ich bin tot, ich bin tot. Hockt da einer im Baum drin oder was? Nee, hier unten. Doch, da hat einer aus dem Baum geschossen. Oder habe ich mich da verguckt? So wie die ganzen Mädels und Dennis in der Schule. Alter, ich bin da unten. Seid ihr beide tot? Ja, da waren, da waren ein Squad oder ein Trio. Warte, ich komme zu euch. Eric ist aber gerade auch ziemlich weit weg. Ja, er ist, er ist, glaube ich gerade. Da unten sind Gegner. Was mache ich denn jetzt? Äh, warte einfach. Das ist Eric, also. Einen habe ich. Na, Eric wird eh schwerben, wegen der Zorne. Ja. Das ist eh in der Zorne. Dann, dann probier es. Ah, es geht echt. Ja, mein Fehler macht es nicht. Da, da kommen wir. Ich habe zwei. Zwei habe ich, Eric. Nein. 30, 60, 90. Ja, schön. Das können wir doch holen. Da sind noch welche. Da sind noch welche. Da sind noch vier. Ja, ich sehe gar nicht mehr. Ja, da. Da ist einer noch. Einen habe ich nie gar gestreckt? Ja, schön, schön, schön. Und da kommt noch einer. Einer, nur noch einer. Da kommen Schüsse. Ja, hier. Wir können uns riefen. Lass mir den, Eric. Lass mir den, bitte. Ja, okay. Letzten. Komm. Ja, du kannst jetzt gehen. Ja. Ja. Guck mal einen an. Glückwunsch. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich ein bisschen gecarriert habt. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns. Schönen Abend euch und grüß an den Stream. Jo. Ja. Okay, wie gehe ich denn jetzt hier raus? Ah, da. Okay, haut rein, Jungs. Ciao. Tschüss. Lachkick. Lachkick. Wir haben einfach gewonnen. Leute, no joke. Ich habe rasiert. Ich habe rasiert am Ende. Mäster. 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 Untertitelung des ZDF, 2020